Du interessierst dich eigentlich schon ewig für Psychologie. Du hast natürlich einen Beruf gewählt, der ganz woanders liegt, hast eine ganz andere Ausbildung gemacht, hast jetzt gearbeitet jahrzehntelang in dem Beruf und so langsam wird es für dich jetzt klar, dass du etwas machen willst, was dir entspricht, was deiner Seele entspricht, deinem Inneren entspricht. Und jetzt nochmal das komplette Psychologiestudium mit Psychotherapieausbildung hintendran über zehn Jahre. Ist nicht das Richtige, aber Heilpraktiker für Psychotherapie, da kannst du genau dosieren, wie viel du einsetzen möchtest, wie intensiv du einsteigen möchtest, um das als zweites Standbein oder sogar als eigenen Beruf für dich zu erschließen. Als Heilpraktiker für Psychotherapie darfst du Psychotherapie anbieten, kannst du wahnsinnig viele Methoden zusätzlich erlernen, dir noch Erfahrungen dazu holen, Praktika machen, um wirklich im Bereich der Psychotherapie aktiv zu werden und das als womöglich neues Standbein in dein Leben zu integrieren. Das kann definitiv dein Beruf sein, wenn du nach einer selbstständigen Tätigkeit suchst. Dann ist Heilpraktiker für Psychotherapie mit diesem Psychologiewunsch genau das Richtige für dich. Ich freue mich, dich dabei zu unterstützen und wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Wir sehen uns in dem einen oder anderen Seminar, in dem ich dir gern helfe, deinen Traum zu verwirklichen.